Es war richtig hart. Es war richtig hart. Es war richtig hart. Voll hart und so. Ja, wir spielen gegen die selbe wie im letzten Video. Kann man das aber auf der selbe Tag. Ähm, es bleibt doch quasi irgendwie ein Match. Ach, nochmal mit. Brauchst deine Zuschauer nicht anbieten. Ich sag doch alles. Das ist nicht der selbe Tag. Für die nicht. Oh, Touchdown. Wann springt er nicht? Hab ich überhaupt im letzten Video gesagt, dass ich noch eine Tastatur hab? Ich weiß es echt nicht mehr. Schon so lange her. Ja, nein. Ich hab's einfach zu oft gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich es gesagt hab oder nicht. Hohe da, was ich gesagt hab. Fuck. Machen wir die erste Gerame. Alter, wie er mich getroffen hat. Scheiße. Def den mal. Na, ich hab jetzt auf jeden Fall eine neue Tastatur. Ich sag's einfach nochmal, falls ich es im ersten gesagt hab. In der Logitech G500C-S. Vorher hatte ich in der Logitech G100. Ist da drin? Ah, schade. Entschuldigung. Ja, jetzt ist die G500C-S. Die ist viel leiser, finde ich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme-Massel-Tasse hat wie vorher. Aber ja, ich hab mir die halt gekauft, weil meine andere dagegen die Leertaste nicht mehr richtig, die ist einfach nicht mehr hochgekommen, wenn ich die gedrückt habe oder so. Und die ist halt mega am Arsch gewesen. Er hat halt vorher noch eine dänische Tastatur zugekauft. Ja, nicht ganz. Ja, oder mit dänischen Zeichen. Oder was natürlich. Ja, irgendwie irgendwie. Ich hab halt geguckt, die Logitech G110. Wollte ich eigentlich genau, fuck, genauso wieder haben. Gibt's aber auf Amazon nicht mehr. Dann hab ich geguckt, ob's die noch irgendwo gibt. Und dann hab ich gesehen, auf Ebay sofort koop. Dacht ich mir, komm. Hol ich mir doch mal. Ja, hab aber direkt übersehen, dass es auch dänisches Tastatur-Layout hatte mit Dingen. Also stand da auf jeden Fall, dass es das hat. Dann hab ich's mir einfach trotzdem gekauft, hab's halt nicht gesehen. Und dann kam die halt irgendwann an. Beziehungsweise kam eine Tastatur an, war aber komplett die falsche. Das war die Logitech G500, äh, G105. Die hab ich. Ja, und das war ja nicht das, was ich bestellt hatte. Das war natürlich auch dänisches Tastatur-Layout. Oh Gott. Ja, danke für sofort. Boah, ich dachte schon hier, das geht wieder nicht. Nein. Gut. Nice. Boah, Alter. Fast hätte ich die Gruppe irgendwie eigentlich geschafft. Ich hasse das so. Find das einfach nicht funktioniert. Ähm. Ja, die hab ich jetzt hier rumfliegen, muss ich wieder zurückgeben irgendwie. Keine Ahnung, das sind fähig. Oder an euch verkaufen. Nein, Mann. Keiner will eine dänische Tastatur haben. Vielleicht ist ja jemand Däner. Ja, bestimmt. Däner. Däne. Keine Ahnung. Ja. Däner. Däner. Vielleicht ist da jemand Däner. Ja. Den hab ich. Ah, johle. Fuck. Schnell, schnell der dich. Warte, ich näher. Nein, du. Ja, wo ist ein anderes? Ach da. LOL. Oh, LOL. Ich muss aber in der Luft noch erwischen können. Wie bleibt. Oh. Das erste Schaden ist echt so hart. Kacke. Ja. Ja. Früher war das viel besser irgendwie. Natürlich war das früher besser. Alles war früher besser in diesem Game. Ja. Gebe ich dir leider noch mal ein anderes. Die Server waren besser. Was war noch alles besser? Ja. Eigentlich alles. Genau. Scheiß mal auf Api. Wie bin so'n Scheiß. Alter. Reset oder? Ja, wenn ich hinkriege. Ich krieg's nicht hin. Warum rutsch ich da runter? Ich bin so scheißen schlecht. Oh mein Gott, was das kacke. Fuck. Ich hätte halt eigentlich resetten können, aber irgendwie will ich da wieder runter rutsch. Digga. Nächster mal. Also magst du mich nicht. Nein, Mann. Die Eker sind jetzt auch nicht so die wahren Helden, ne? Ja, wir sind die Helden hier. Fuck. Alter. Alter. Ich hab den ja ansprittet. Oh Gott. Ich bin einfach zu lang im Stun, Alter. Nein, mach doch SC! Warum ging das nicht? Müsste ich erst an die neue TSMG gewöhnen. Ja, muss ich echt. Das ist viel zu leise. Ich hör gar nicht, wenn ich das drück hörn. Ich krieg gar nicht mit. Alles schieb zu smooth. Okay, mach ich jetzt. Mach die Brücke, Kippe. Ich mach jetzt Pro-Jump. Schaffst du das? Ja? Schaffst du das? Nein. Also ich komm durch, denk ich. Doch, durch komm ich wohl. Ich will. Oh doch nicht. Scheiße, warum bleib ich da hinten? Den Jump hab ich schon mal nicht geschafft, weil da wieder so ein Kacktyp kam und mich zusammen musste. Ach so. Bleib ich jetzt noch falsch an. Oho. 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 Wo ich das vorstelle, aber jetzt kommt's. Ihr habt da keine Chance, das zu holen. Warte mal. Oha, voll gemein. Ja, toll, jetzt bin ich alleine. Sorry, muss mich grad mal muten. Kann grad jemand meinen zu machen. Ähm, was hab ich gesagt, nochmal? Ähm, wegen S4500. Genau, also das ist ein Tool von WTFBlowPinkyWinky. Der hat ja nie die zwei Namen, ich weiß nicht, wie ich ihn nehmen soll. Ähm, das ist der, der auch den P-Server macht. Oh Gott, war das dumm. Wieso, hast du nicht gewischt? Ne, ne, hab ich nicht. Ähm, der macht auch den P-Server. Ja, und da... Ja, wie es da aussieht. Gibt's im Moment nicht viel zu zeigen, der hat geprogrammiert irgendwelche Bots. Weil er sich irgendwie, ich glaub, irgendwie einen neuen Modus oder sowas damit machen. Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Auf jeden Fall kommt er, glaub ich, ganz gut voran. So wie ich das gehört hab. Also arbeitet der grad dran, oder? Alter. Ähm. Boah, Alter, wie viel Schaden, ey. Ja, ob der da grad dran arbeitet, würd ich nicht sagen. Weiß nur, dass er da letztens nicht... Ja, wo es zu warm war, hat nicht dran gearbeitet. Auch weil er gesagt hat, ab 22 Grad arbeitet er nicht mehr dran, das ist 7 zu warm. Also kein... Oh, joh, ich spiel halt so kacke. Also... Alles, was 22 Grad... Plus ist... 7 zu warm zum Arbeiten, dann... Macht aber was anderes, keine Ahnung. So hat er's mir erzählt. Kann ich aber auch verstehen. Wir müssen ja wieder ein bisschen was machen hier. Ja, ja. Okay, das geht locker. Wie macht die denn ne Scheiße hinten? Alter, gibt mir nur noch one-hit, ey. Krass. Ja, der hat zu viel in Charme. Ja, gut, Defense Piercing hat einen rot, ne? Ja, stimmt. Wahrscheinlich hatte er grad... 7%... Äh... Ja, die 7% hat ne... Mh... So... Ding ist weggegeben... Wird aber schon nicht gehen, glaub ich. 10%... Boah, was hab ich eigentlich? Ich komme. Hilf mir. Ja. Bist du wirklich? Ja... Glauben doch nicht. Ja, war nicht schlimm. Ja, war nicht schlimm. Ich hab mir letztens ne Maus kaufen müssen. Weil mein Cousin meine kaputt gemacht hat. Was hat er gemacht? 70€. Er hat meine Maus kaputt gemacht. Ja... Ja, wie hat er... Er hat... Er hat... Also... Ich war bei ihm halt. Und... Äh... Ich hab ihm gesagt, er soll meinen Laptop rüber tragen. Und dann... Ähm... Hat er meinen Maus einfach unterfallen lassen. Und dann ist irgendwie das Mausrat kaputt geworden. Und ich kann irgendwie messen, damit... Äh... Mausrat die Lachen wechseln. So. Ah, okay. Und deswegen... Und das nervt mich auch so. Und deswegen hab ich mir meinen Maus kaufen müssen. Und 70€. Das war der Maus. Äh... Logitech. Logitech. G502, glaub ich. Protea-Score oder so. Hast du die? Okay. Also ich find sie schaut auf jeden Fall gut aus. Was genau sie... Äh, geklaut. Äh... Aussehen ist alles, ne? Ja, bei mir schon. Okay. Also ich find sie schaut auf jeden Fall gut aus. Okay. Boah. Boah. So, du schaffst das. Nein. Fuck. Na, was passiert. Ich wollte irgendwie unbedingt da hoch, aber... Das klappt irgendwie so selten. Warum auch immer. Na, mach du mal alleine wieder. Ja, ungern, aber okay. Macht er denn das kaputt? So, fast schon. By the way, auf diesem, ich hab ja an der Seite, hab ich ja, hier auf meinem Kanal an der Seite, da hab ich ja so Kanäle verlinkt, da ist ja auch der Kanal von Maurice dabei und so, unter anderem ist auch noch der Blacksheeps-Kanal dabei. Den könnt ihr ja auch abonnieren. Da haben wir früher mal, ähm, Videos hochgeladen, als wir noch in Blacksheeps waren, die könnt ihr gerne abonnieren, weil da werden jetzt bald eventuell wieder Videos kommen. Gebt mir kommt's? Nicht unbedingt von mir. Doch. Aber, nein. Ja, da werden halt bald wieder, wieder wahrscheinlich Videos kommen und die könnt ihr euch dann gerne reinziehen. Denn, ja, ich denke mal, dass sie auch, ja, dass das ganz gute Videos sein wird. Ist nicht alles von mir. Kann aber sein, dass da auch was von mir, oh, richtig dumm. Kann sein, dass da was von mir bei mir ist dann. Also ich hab da auch die Daten zu und so. Das weiß ich noch nicht. Ich wollte nur mal sagen, also, da könnt ihr gerne mal schon mal ein Abo dalassen. Ich pack da mal einfach den Link in die Beschreibung. Erster Link. Ja. Gott, ey. Jürgen, wo kam der weg? Fick den mal. Low. Fick den. Oh, er fick dich. Oh mein Gott. Er hat dich überlebt. Gut. Ich hab rechtsklick Dagger gemacht und er hatte Low und er hat überlebt, alter. Ist echt komisch. Die habe ich. Oh Gott, ey. Oh, wie sie dich gefickt hat. Ja, es geht. Ich hab die. Low gehauen. Alter. Ich fick dich jetzt, Junge. Jetzt fickst du dich, Junge. Jetzt kriegst du aus dem Mauer. Wisst du? Haha. Wisst du, da hat sie dich nicht zerstört. Hat sie dich. Alter, nur weil ich das gesagt hab. Oh. Oh. Pass auf. Nee, oder? Stunning. Ja, Mann. Ja, das macht halt einfach Schaden. Aber, zack. Low. Okay, nice. Mein Ball. Ah, ging nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ey. Naja, gut, dann bis zum nächsten Mal, ich hoffe mal, ich denke mal, das nächste Video wird wieder so ein CP-Video oder sowas sein und, ja, ich weiß auch nicht. Hä, 169 AP? Keine Ahnung, was da labert, egal. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.